Was geht ab, Leute? Neulett Games hier und willkommen zurück zu Sniper Elite 3. Wir werden die Mission jetzt ein bisschen ruhiger angehen, denn... Hier stehen Sniper und die nerven ziemlich. Die sind extrem, extrem, extrem scheiße. Ich warte jetzt auf das Flugzeug, bis es hier wieder vorbeifliegt. Was jetzt ist... Aber irgendwie kam da kein Zeichen. Fuck. Wow. Wow. Ich hoffe, euch geht's allen gut, denn es ist ziemlich warm. Noch ein bisschen warten. Oh, jetzt lade ich gerade nach und dann kommt der natürlich... Gut. Nicht gut. Donner gehört. Ist aber nicht schlimm. Die können ruhig zu meiner Position kommen, da habe ich gar kein Problem mit. Genau deswegen. Das war knapp. Der kommt garantiert über eine andere Position dahin, deswegen kann ich nicht den verdeckten Schuss machen. Vorsicht! Er ist hier irgendwo. Ich kann ja noch nicht von vorne aus knipsen. Das ist richtig blöd. Wir haben ihn in die Enge getrieben. Ich... Shit, shit, shit. Sniper. 100 wäre sicher. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ne, das kann ich nicht machen. Ich kann ab hier nicht weitermachen, weil die kommen alle auf mich drauf. Das geht gar nicht. Ich muss das nochmal öben. Wir warten einfach, bis das Flugzeug kommt. Das Zeichen muss erscheinen. Ich muss super schnell schießen. Ja. Schön übertönen. Das nächste Mal wird das Flugzeug nicht hier kommen. Das deckt wahrscheinlich mehrere Parts der Maps ab. Oder der Map einfach ab. Ist auch nicht so schlecht, aber ich brauche gerade diese Position ganz heftig. Eigentlich muss ich den gar nicht killen. Das einzige Problem, was ich hier gerade habe, ist dieser Sniper hier oben. Oh, der hat nicht was gesehen. Jetzt muss ich ihn ausschalten. Jetzt haben wir einen Grund. Oh, 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 oh. Der kommt schon. Ha! Problem ist, ich muss hier weg. Jetzt hat er mich sogar nochmal gesehen. Oh, komm schon. Da stand es sogar isoliert. Aber der zweite Schuss hat mich doch verraten. Wir wechseln gleich die Position. Der ist gleich Geschichte und dann haben wir die Situation hier geklärt. Nicht so optimal, aber damit müssen wir jetzt einfach mal rauskommen. Okay, da sind zwei alarmiert. Shit. Das war unnötig. Nee, den werde ich nicht konfrontieren. Das ist super schlecht, wenn ich das mache. Das steht ja genau auf die Treppe. Kacke, kacke, kacke. Mies. Ja, ich habe den Part der MP isoliert. Wir kommen ja eigentlich locker weg. Können sie mich suchen, solange sie wollen. Ziele noch mal üben. So, da oben muss ich hin. Hier ist gerade keiner. Nö, Richtung. Hier kann ich einen ausknipsen. Leider nö. Da muss ich hin. Der Alarm ist immer noch da. Wahnsinn. Ich habe die Position gewechselt. Das müsste jeden Moment vorbei sein. Und das war's. So, das Gebiet ist relativ gut geklärt bisher. Ich kann bis zu diesem Haus gehen. Da muss ich wieder aufpassen. So, hier stehen nämlich zwei. Die werden wir auch direkt mal... Oh, schnell, 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 schnell. Markieren. Das sind sogar drei. So. Ne, kein Zeichen für mich. Ich wette, hier in den Ruinen komme ich gar nicht hoch. What the fuck? Da hinten sind auch noch drei. Die wollen wir natürlich nicht alarmieren. Ne, jetzt kann ich durchkommen. Ich hätte jetzt gesagt, wir können da locker hoch. Aber wenn wir hier durch müssen... Mies. Mies, mies, mies. Oh, ein bisschen zu kurz. Das ist immer so ein Risiko. Ich werde mal hier speichern. Wir sind ja jetzt schon mal ein klein wenig vorangekommen. Ganz klein wenig. Ich denke nicht, dass ich unbedingt gesehen werde. Aber drei Soldaten ist schon ziemlich heftig. Die haben wir schon mal angelockt. Ich könnte die da wegsprengen. Aber ich will nicht unbedingt so viel Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Ich muss den einfach mal umballern. Und dann sieht er... Da ist gar keiner. What? Voll dagegen geschossen. Der kann aber hier liegen bleiben. Hast du gute Munition für mich wenigstens? Ja, Velrod, hey. So, von hier aus kommen wir natürlich nirgendwo. Das ist klasse. Ganz schnell reagiert. Das müsste übertönt sein. Oh, Mann. Aber wir wissen natürlich nicht, woher das kommt. Aber die haben natürlich gesehen, dass der Typ tot ist. Und die gehen jetzt in Alarmbereitschaft. Was eigentlich scheiße ist, denn jetzt komme ich hier nicht wirklich voran. Der Typ oben im Turm ist natürlich auch mies. Hat sich gerade geduckt. Das war's auch schon. Kurzer Alarm. Wahnsinn. Hm. Geh mal ruhig gucken. Schadet ihr nicht. Oder schadet ihr doch. Oh, what? Ei, 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 ei. Rennt der gerade weg? Ist aber nicht schlimm. Okay, wieder einen ausgeknipst. Können jetzt eigentlich immer so weitermachen. Richtig heftig abgeknallt. Immer noch ein Geist. So, jetzt kommt der Schwerstel überhaupt. Wir müssen den Sniper auch im Turm da irgendwie kriegen. Der ist natürlich in Alarmbereitschaft. Ich weiß nicht, von wo der guckt, wo der steht, was er macht. Aber der muss gekillt werden. Der überblickt das ganze Feld. Und hier oben, meine ich, ist auch noch ein Sniper. Ich bin nicht ganz sicher. Irgendwo in der Ecke. Mal gucken, dass ich den Lauten ausschalte. Bist du mit der Velrod oder so? Irgendwie sowas. Schön gelaufen. Was? Ich wollte schon sagen. So, und von hier aus kann ich auch gesehen werden. Vorsicht. Ich brauche mal Sniper-Munizierung so ein wenig. Wer kann mich sehen? Wer kann mich sehen? Bist ja noch keiner. Das ist gut. Trotzdem, hier laufen noch ganz schön viele rum. Gucken wir mal durchs Fernglas. Hier bewegt sich nix. Hier bewegt sich bisher nix. Da können wir was sprengen. Ich wette, hier in dem Gebiet. Irgendwo noch ein Sniper. 100 Pro. Ja, ich denke, wir werden mal ein bisschen erkunden gehen. Irgendwo hier ist ein Generator. Ist auch nicht schlecht. So. Ich wette, hier ist ein Sniper. Irgendwo im Fenster. Irgendwo. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Hier pfeift einer links von mir. Hier ist auch eine Leiter. Da ist auch ein Sniper-Nest, was gut ist. Hoffentlich weg. Du musst markiert werden. Wohl nicht auf dem gleichen Turm, aber auf jeden Fall hier in der Nähe. Mit dem werde ich auch noch zu tun haben. Garantiert die Flagg gleich ausschalten oder sowas. Da muss ich hier nicht gucken. Ich gucke mir mal meine aktuellen Missionsziele an. Das Büro durchsucht. Kletter das Gerüst zum Aufsichtspunkt hinauf. Okay. Das hier sieht man nach einem wunderschönen Gerüst. Vielleicht muss ich auch da unten rein irgendwie. Und dann da hoch. Hier fülle ich nicht so wirklich von außen hoch. Der war doch schön übertönt. Muss man direkt nutzen. So, den markieren wir direkt. Hat er entdeckt. Das ist aber nicht schlimm. Oh, noch ein dritter. Komm schon, Flugzeug. Ich will meine Position nicht wechseln müssen. Leider nicht immer. Wenn ich einen ausknipse, ist das schon mal gut. Dann kann ich da locker vorbei. Genau, sehe ich genauso. Schön die Arbeit weitermachen. Schön nochmal einen Weg wieder gehen. Scheiße, ich hatte kein... Egal. Genau, meine Tasche höher. Ein wunderbares Snipernest. Da müssen wir mal noch hin. Das ist so eine blöde Position, um ehrlich zu sein. Okay, hier geht's. Hier geht's. Der läuft hin und her. Den habe ich. Aber den habe ich nicht. Okay. 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 Ich will den nicht wirklich einen Alarmbereitschaft momentan haben. Okay, wir gehen da hin. Wir gehen mal gucken, was da ist. Wird schon irgendwas Lustiges sein. Bis da ist auch mal hin. Vielen Dank.